Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, in dem Video möchte ich euch ein kurzes Update geben zu den Waldbränden in Griechenland. Die Insel Euboea musste aufgrund des Feuers zum großen Teil evakuiert werden. Und es fangen in Griechenland, das wurde jetzt heute auch übermittelt und berichtet, werden 80 neue Feuer gemeldet, die sich neu bilden quasi. Und Griechenland hat jetzt auch noch starken Westwind bekommen, was das Feuer immer mehr anfacht. Und das große Problem ist einfach, dass das Feuer nicht unter Kontrolle kommt. Ja, sogar Deutschland hat jetzt THW und Feuerwehr nach Griechenland geschickt, um dort die Feuerwehr und die ganzen Einsatzkräfte zu unterstützen. Und es sind zurzeit, so wie man es auch auf den Bildern erkennen kann, an apokalyptischer Ausmaße, die das Feuer angenommen hat. Und mir tun die Menschen vor Ort einfach so unglaublich leid, die ihr ganzes Hab und Gut verlieren. Das ist ja jetzt auch hier beim Hochwasser in Deutschland passiert. Nur, dass es jetzt in Griechenland, in Italien und der Türkei Ausmaße angenommen hat, wogegen das hier in Deutschland wirklich eine Kleinigkeit ist, weil das wirklich großflächig passiert. Es sind auf jeden Fall Vorkommnisse, die dürfen so nicht sein und man will auch nichts schönreden. Und dass es, sage ich jetzt mal, auch schlimmer ist wie hier in Deutschland mit dem Hochwasser, Nein, das soll es natürlich nicht heißen. Aber ich wollte euch halt zu den Waldbranden in Griechenland ein kleines Update geben. Ja, und die ganzen Nachrichtensender, die uns jetzt die ganzen Bilder hier überspielen, das sind wirklich Bilder, die gehen durch Mark und Bein. Und das wollen wir uns alle nicht ausmalen, wie die Menschen sich da unten halt fühlen. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch davor warnen, weil die nächsten Jahre quasi die Sommer auch immer wärmer werden. Und passt bitte immer auf, wo ihr auch Zigaretten hinschmeißt und sonstige Sachen, die ein glühendes Feuer entfachen können. Passt da bitte in Zukunft auf, weil hier ist wahrscheinlich ein Brandstifter wohl am Werk gewesen, wo das erste Feuer entfacht ist quasi und die Hitze, die da unten herrscht, die hat das dann, ja, verschlimmert. Und jetzt kommen auch noch die Westwinde dazu, die das Ganze dann weiter anfachen. Und das ist natürlich, ja, ein Phänomen, das darf jetzt so nicht sein. Und das Feuer muss jetzt wirklich ganz schnell unter Kontrolle gebracht werden. Und deswegen hat Deutschland auch jetzt Einsatzkräfte vor Ort hingeschickt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ich wollte euch das kurze Update geben. Und bleibt alle gesund. Und ja, es herrscht ja leider immer auch noch Corona. Haltet Abstand und macht es gut. Euer Patrick von Lidon Produktion. Bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen. Haltet Abstand und macht es gut.